Kommen wir nun zu den Benutzergruppen und zu den Kita-Gruppen. Im Menü Start unter Benutzer gelangt man auf die Benutzergruppen. Hier auf der linken Seite sind alle derzeit im System befindlichen Benutzergruppen aufgelistet mit den entsprechenden Symbolen noch dahinter. Klick auf das kleine Icon direkt hinter dem Namen, zeigt zum Beispiel an die Benutzer, die dieser Benutzergruppe zugewiesen sind. Wenn man jetzt eine neue Benutzergruppe anlegen möchte, dann ist es entscheidend, einen Namen auszuwählen für diese Benutzergruppe und man kann den Gruppentyp Zuweisung wählen oder man wählt den Gruppentyp Zeitprofil und Sicherheit. In dem Fall ist es dann möglich, ein Zeitprofil einzustellen für diese Benutzergruppe. Ist das der Fall, dann bedeutet das, alle Benutzer, die in dieser Benutzergruppe dann enthalten sind, können dann keiner anderen Benutzergruppe zugewiesen werden. Für unser Beispiel gehen wir aber wieder zurück auf den Gruppentyp Zuweisung und speichern das Ganze einmal. Dann im nächsten Schritt muss man die einzelnen Benutzer festlegen, die zu dieser Benutzergruppe gehören sollen. Dazu einmal auf die jeweiligen Felder klicken und auf die rechte Seite hier rüberziehen. Hier in diesem Schritt werden Key-Tech-Gruppen zu dieser Benutzergruppe hinzugefügt. Das werden wir in dem Beispiel aber in einem nächsten Schritt dann machen. Und wenn die Benutzergruppe dann angelegt ist und die Seite neu aufgebaut wird, sieht man auch ganz gut, welche Benutzer dort alle hinzugefügt worden sind. Zu den Key-Tech-Gruppen über das Menüfeld Proc-Safe und einmal Key-Tech-Gruppen geklickt, gelangt man hier bei diesen Wege. Auch auf der linken Seite wieder alle Key-Tech-Gruppen, die im System bereits vorhanden sind. Hier würde man jetzt auf den Reiter Neue Key-Tech-Gruppe gehen, gibt also einmal einen Namen an für die Gruppe. In dem Fall das jetzt so gewählt hier. Eine Gruppenbeschreibung, das ist optional. Dann gibt es hier unten den Freigabemodus bei den Gruppen. Normalerweise wählt man Standardfreigabe. Das heißt, wenn der Schlüssel angefragt wird, dann öffnet das Kabinett auch und gibt den Schlüssel frei. Da gibt es dann noch weitere Einstellmöglichkeiten, wie zum Beispiel zufällige Freigabe eines Key-Techs. Also aus der gesamten Gruppe wird dann zufällig ein Key-Tech freigegeben. Wichtig ist hier unten der Punkt Anzeige der Gruppe im Terminal. Wenn man zum Beispiel Gruppenliste ausgewählt hat, dann taucht die Key-Tech-Gruppe im Terminal auf und man kann daraus dann alle Key-Techs entnehmen. Wenn ich die Einzelliste ausgewählt habe, dann tauchen die Key-Techs alle einzeln auf im Terminal. Ich kann also einen einzelnen Key-Tech anwählen. Bei beides wird einfach beides zur Auswahl. Also einen einzelnen Key-Tech entnehmen oder die gesamte Key-Tech-Gruppe entnehmen. Für Reservierungen ist es entscheidend, dass es Reservierungsgruppen gibt, die auch dann eine Funktion speziell für die Reservierung tragen. Dafür hier unten dann entsprechend das Häkchen setzen. Das lasse ich jetzt aber in dem Beispiel deaktiviert. Und wer mag, kann und wenn benötigt wird, kann auch noch ein Zeitprofil eingestellt werden. Es ist kein Muss, ein Zeitprofil zu wählen für die Key-Tech-Gruppe. Das Ganze dann auf Speichern und schon ist die Key-Tech-Gruppe angelegt. Jetzt müssen noch Key-Techs zugewiesen werden. Hier in dem Fall wähle ich jetzt ein paar Key-Techs aus und schon gehören diese Key-Techs zu dieser Key-Tech-Gruppe. Der nächste Schritt, beziehungsweise für das Beispiel jetzt hier, der letzte Schritt wäre dann der, ich habe also jetzt eine Benutzergruppe angelegt, ich habe eine Key-Tech-Gruppe angelegt und die Verknüpfung Benutzergruppe zur Key-Tech-Gruppe erfolgt über das Menü hier Benutzergruppen, Key-Tech-Gruppen und ich wähle hier die Key-Tech-Gruppe aus und weise sie auf diesem Wege der Benutzergruppe zu.